Also vielleicht darf ich das noch erwähnen, 1984 haben wir vier Millionen Euro Umsatz in ganz Österreich gemacht und jetzt machen wir immerhin sind wir schon bei knapp 90 Millionen Euro Umsatz, also da ist ja wahnsinnig viel passiert und da bin ich dann schon drauf gekommen, das ist in einem Unternehmen, das sich etabliert hat und das wächst und eigentlich bin ich mit diesem wachsenden Unternehmen und mit den ganzen Aufgaben, die der Walter Coutinho mir zugemutet und zugetraut hat, bin ich mitgewachsen. Also für mich persönlich, da rede ich in Tirol vor allem, weil ich nur von dem reden kann, von meinem Job, ist auf jeden Fall Teamgeist, also da sind wir ein guter Haufen glaube ich in Tirol, wir arbeiten super zusammen und helfen uns gegenseitig, das ist was mir selbst einfällt eigentlich. Erfolgreich. Gelber Eimer. Marke. Menschen. Enkeltauglich. Qualität. Der Sto LKW. Schnelligkeit. Produkten. Lotosan. Freundlichkeit. Menschlich nah. Was bedeutet Sto für mich? S für seriös. T für transparent. O für organisiert. Du�� Sto LKW. Schnelligkeit. Du pool. Du typisch. Du rays.